Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Falten. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Faltet, Faltete, Hat, Gefaltet oder Gefalten. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich falte. Du faltest. Er faltet. Wir falten. Ihr faltet. Sie falten. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich faltete. Du faltetest. Er faltete. Wir falteten. Ihr faltetet. Sie falteten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gefaltet oder gefalten. Du hast gefaltet oder gefalten. Er hat gefaltet oder gefalten. Wir haben gefaltet oder gefalten. Ihr habt gefaltet oder gefalten. Sie haben gefaltet oder gefalten. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich falte. Du faltest. Er falte. Wir falten. Ihr faltet. Sie falten. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich faltete. Du faltetest. Er faltete. Wir falteten. Ihr faltetet. Sie falteten. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verbfalten. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Mal.